Hi Leute, ich hab's dir richtig gewonnen. Wir spielen heute mal Master Builders. Und dann würde ich sagen bis gleich. So eine Wrench. Wir sehen uns gleich wieder Leute. So, wartet mal. Wolle brauchen wir. Können wir nehmen einfach hier einen Stein. Ich brauch das richtig lol. So, so, so. Wir sind das. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das sieht nicht nach dem X aus. Fuck. Okay, ich wollte eigentlich meinen Namen da einfach mal hinschreiben. Okay, aber das geht anscheinend nicht. Dann bauen wir mal einen Wasserfall. Und zwar einen richtig schönen schönen Tempel hier. So. Guckt. So. Geht denn so. So. Wasser. Der geht natürlich hier hoch. Weil ich wollte nämlich immer ein bisschen was anderes machen. Außer, ähm so ein wie will ich sagen einfach halt immer nur Skywars oder so. Was ich auch ein bisschen lagen. Ich finde, die Berge müssen ein bisschen auch Stahl sein. Ich will aber, dass Nare wissen, was die da bewerten. Das soll ich Nare unbedingt wissen. So, hier nochmal. Dann hier den Fatschliff. So, guckt mal. Schönes Wasser. Guckt. Hier der Wasserfall. Vielleicht gewinnt das auch. Alter Leute, ich sage euch das war. Das gewinnt. Wüsste ich hier alles voller Wasser machen. Aus einer Stelle. So. Lol. Nein. Leute, ich habe keinen Halt mehr. Scheiße. Einmal. Wenn das nicht klappt, dann ist natürlich scheiße. Das muss man hier weggehen. Fuck. Fuck. Scheiße. Aber Tonfisch habe ich jetzt rein wenigstens. Ich will unbedingt wissen, wie das bewertet wird. Wenn ihr mal solche Challenges mal öfters sehen, Wortschreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ton. Timtonfisch. Hier haben wir ein paar, dass die leben können. Was? Nein. Die ganze Basis lebt so. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Alles voller Schwämme bauen. Hoffentlich. Alter. Wieso hat er da so herzlichen hingemacht? Love, das Jahrhunderts. Palek. Lol. So. Hä, die wussten, glaube ich, alle nicht, was das ist. Ich bewerte ganz okay. Aber ich sehe schon, die bewerten alle richtig streng. Minecrafter. St. Na, scherz, ein cooler Bube. Was soll denn das für eine Scheiße sein? Das wissen alle nicht. Alle. Das bleibt trotzdem stehen. Ich sage, ich werde gar nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Oh je. Eklig. Yes, Leute. Ich sehe, nein. Da sagt ein mehr. Anna sagt mir, it's okay. Bitte verrückt nicht. Nein. 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 Ich muss noch schnell was gucken. Ich bin hier schon da drauf. Ich muss mal hier schnell mein Programm starten. Die Gabel. Oh fuck, man. Das nervt mich jetzt richtig nochmal. Wenn sowas jetzt echt normal ist. Ich glaube, ich weiß, was ist die mit Brunchmine. Oh, scheiße. Mit hier, wo man reingehen kann. Die meinen da mit Schlüssel. Ja, das ist schon amazing. Warte, ist das ein Z-Nickel. Ja, deswegen hat er auch schon eine Art. Eine End, die quakt. So, das ist auch eins. Ja, du musst vorbei sein, oder? Ja. Und jetzt? Ich will sie auf welchen Platz. Letzter. Okay, Leute. Wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da macht. Und ja, dann würde ich sagen. Haut rein und ciao. Konnichiwa.